Hallo! Es ist soweit. Die Premiere von Schubert steht an. Und ich bin schon mal ein bisschen durchs Haus gelaufen. Und da habe ich was Kleines entdeckt. Und das möchte ich euch gerne jetzt einmal zeigen. So, ein Moment. Einmal hier runter. So, hier. Die ganzen Toi Toi Tois und Glückwünsche. Der ganze Flur ist voll. Und da hinten geht schon weiter. Da werden die ganzen Blumen verteilt. Überall wird sich beglückwünscht. Ja. Heute ist die erste Premiere hier in Hannover. Wie fühlst du dich? Hi. Ich fühle mich super glücklich und entschuldigt. Und ja. Ich wünsche euch allen die Besten. Vielen Dank. Hallo Johann. Hallo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020